24 Mal? Kommt auf dich an, ne? Aber ich glaube mal, die meisten von euch würde ich 24 Mal auspacken. Uh, das war unangenehm. Das ist eine gute Überleitung zum ersten Thema des Tages. Es ist ja so ein Thema, das immer mal wieder aufkommt. Was ist so das Verhältnis zwischen Streamer und Community? Manche sagen ja auch Fans und so. Und das finde ich immer total spannend. Es gab ja mal so eine ganz krasse Bewegung, wo alle so, oh, wir sind krass aufgewacht. Ich glaube, irgendwer hat mal angefangen zu sagen, ey, ihr seid halt nicht meine Freunde. Und ich dachte so, das weiß doch jeder. Das war doch auch, das war doch jedem von Anfang an klar, oder? Also, ich gehe mal davon aus, den meisten von euch ist ja klar. Je nachdem, was für ein Verhältnis ihr zu mir habt, ist das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einseitig, beziehungsweise auf eurer Seite intensiver als auf meiner. Denn die meisten von euch kenne ich ja nicht wirklich. Ich kenne eure Nix vielleicht. Ich habe vielleicht irgendwie, kann ich was damit verbinden, was ihr so schreibt und so. Aber so richtig Freunde sind wir ja nicht. War das Verhältnis Streamer und Zuschauer nicht auf Thema letztes durch Lara Croft? Lara Loft, meinst du? Ähm, ja, also das habe ich nur so halb verfolgt, muss ich gestehen. Hat er nicht gesagt. You're not my friend. Jetzt hört aber auf. Jetzt hört aber auf. Das überreißt, das überrascht euch doch nicht. Das tut weh auch. Jetzt hört auf. Jetzt macht nicht, dass ich mich schlecht dafür fühle, dass ich euch was Normales sagen muss. Unfollow, unsub. Ich muss sagen, also, wenn ihr hier nur gesubbt oder gefollowt habt, weil ihr denkt, dass wir Freunde werden dadurch, dann ist es auch, glaube ich, wirklich besser, wenn ihr das macht. Weil sonst gibt es hier nur Enttäuschung. Also wenn ihr dann unsubbt und unfollowt. Aber mach mal, mach mal bitte nicht. So, ich glaube, wichtig ist, das Ding ab und zu mal so ein bisschen zu besprechen. Ähm, ich muss sagen, ich habe bis jetzt meistens relativ großes Glück gehabt. Ich habe ja schon mal erzählt, ich hatte schon mal eine Stalkerin, ähm, schon mehrfach tatsächlich. Und ich hatte erzählt, ich hatte jetzt hier auch in Japan so einen Zwischenfall, wo sowas ähnliches war. Das hat aber mit der Arbeit wenig zu tun. Ähm, aber sonst grundsätzlich kann ich mich nicht beklagen. So. Die, also ihr als Community seid sehr angenehm. Wenn wir interagieren, ist das im absoluten Großteil der Fälle respektvoll. Wir können uns vernünftig miteinander unterhalten. Und den meisten von euch ist klar, wo persönliche Grenzen sind und wann man die überschreitet. Ab und zu kommt es schon mal wieder vor, dass mir Leute schreiben und halt so sagen, hey, hast du Lust, dass wir einfach mal so ein bisschen plauschen regelmäßig. Und das finde ich einerseits natürlich total schön und das sage ich auch immer ehrlich. Auf der anderen Seite mache ich aber auch immer klar, das kann ich einfach nicht leisten. Die Zeit habe ich einfach nicht. So. Beziehungsweise, das ist mir auch einfach zu riskant geworden. Ähm, gleich regelmäßig. Na, ist schon so. Die Leute fragen, wir können ja mal regelmäßig so ein bisschen E-Mails austauschen oder so. Und ich kann das ja auch verstehen, das ist ja auch total nett. Und ich habe so Freunde gemacht. Also ich habe ja eine Gruppe aus Leuten, mit denen ich MMOs spiele. Das sind alles Leute, die irgendwie aus der Community sind, mit denen ich dann irgendwie mal gespielt habe. So, wie Michi, Desi und Co. Das sind ja alles irgendwie, jo, das sind alles Leute, so Malte, die, ja, die so aus der Community kommen. Und das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt ja auch nicht, völlig nicht nachvollziehbar und völlig unrealistisch, dass das mal passiert. Ich glaube aber, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, die grundsätzliche Dynamik daran, die finde ich manchmal anstrengend. Ähm, ich glaube, Life is Huddle hat eine ganze Menge geändert. Das Spiel war total schön und das hat total viel Spaß gemacht, das mit der Community von Bond war auch zu spielen. Aber ich habe da gemerkt, dass es für mich als Streamer in der Situation einfach schwierig ist, einfach nur zu spielen mit den anderen. Es gibt immer so eine grundsätzliche Erwartung, glaube ich, dass ich irgendeine besondere Rolle einnehme. Ja, ich stelle hiermit den Antrag, dass Emote süß und nahbar zu kalt und distanziert sende. Du kannst mich mal. Ich versuche nur süß, nur nett zu sein. Super weird, direkt nach regelmäßigen Kontakt zu fragen. Ich meine, sowas kommt auch, wenn man sich sympathisch ist. Ja, auf der anderen Seite finde ich ehrlich gesagt gut, wenn man mit jemandem Kontakt aufnimmt und gleich von Anfang an sagt, nach was man sucht. Und das ist ja schon irgendwie auch ganz nett. Irgendwas, mit dem ich auch mehr anfangen kann. Uns alle ghosten, findest du nett? Ich ghost euch nicht. Jetzt hört aber mal auf. Ich versuche hier konstruktiv mit euch zu reden. Das psychologische Problem haben doch alle Vorbildfunktionen, ist auch sehr altersbeherrhängig, finde ich. Hat das was mit Vorbildfunktionen zu tun, zwangsläufig für dich? Also, klar, ich glaube, in dem Fall ist es ja so, wenn ich mir dann mit einer Gruppe aus Leuten spiele, das hat irgendwas zu tun mit Stream. Das ist irgendwie, wir haben eine WoW-Gilde aufgemacht, darum bin ich da auch die ganze Zeit so, dass ich sage, also grundsätzlich, als ich dann darüber gesprochen habe, dass ich ja nie Leute habe aus der Community, mit denen ich wirklich zocken kann. Ja, dass ich nie Leute habe, mit denen ich zocken kann, weil es zeitlich nicht passt. Ich habe ja auch jemand aus dem Chat sofort vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn du mit der Community zockst. Dann dachte ich, ja, ist ja vielleicht eine ganz gute Idee. Ich habe darüber nachgedacht, aber habe dann Angst, dass dann wieder so ein Verhältnis entsteht, dass Erwartungen da sind. Und es kann halt sein, dass ich mal vier Tage am Stück jeden Tag zwei, drei, vier Stunden WoW spiele. Und dann bin ich aber halt auf einmal auch wieder weg. Dann habe ich andere Sachen zu tun und so. Und dann steht diese Gilde da und verhungert so vor sich hin. Und das finde ich halt immer total schade. Und ich glaube, das ist für mich genau die Trennung aus professionell und beruflich, die ich so brauche. Manchmal habe ich total viel Lust, mit der Community zu spielen und finde das absolut großartig. Aber es gibt auch Punkte, wo ich einfach privat zocken möchte. Mit jedem Einzelnen wirst du Schluss machen können, aber nicht mit dem Chat. Oh Gott. Die Gilde kann doch auch ohne dich existieren und du bist einfach da, wenn du Zeit hast. Also, in der Theorie funktioniert das auch immer. Aber das ist dann meistens eben nicht so. Wenn ich Hauken Strangle sehe, mache ich einen Platt. Ja, pff. Was spielst denn du? Wahrscheinlich einen Hexenmeister. Und dann sich auf die Brust trommeln, weil man im Stunlock irgendwen totgekriegt hat. Die allerliebsten sind Schurken, die von PvP reden. Man, Schurke spielen ist WoW im Easy-Mode starten, wenn es von PvP geht. Ich kill dich mit dem Heelschami. Pff. Ich kill dich mit dem Ruhestein. Ich maine Ruhestein. So, ich glaube, wichtig ist, worüber ich eigentlich reden will. Dass wir haben, nach meiner Einschätzung zumindest, ein verhältnismäßig gesundes Verhältnis. Was heißt das? Wir haben ein gesundes Verhältnis. Ich habe nicht das Gefühl, dass in der breiten Masse bei euch Leute dabei sind, die irgendwie fehleinschätzen, wie unser Verhältnis zueinander ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Frage, die man sich immer mal so ein bisschen stellen muss. Und hier werfe ich mal was in den Raum, das immer so... Bei dem ich schwer sagen kann, ist das wahr, aber das zumindest immer wieder kommt. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die oft kommt. Lara wurde ja auch oft genannt. Bei weiblichen Streamern wird dieser Punkt ja oft gebracht. Die hätten nur so viele Subs, weil sie halt Frauen sind. Und das wären alles Sims, Leute, die halt irgendwie den nach... Ja, was soll man... Nachstellen? Nachstellen klingt so negativ und so. Ist ja auch so. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob man es sich da nicht ein bisschen zu einfach macht. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass es Leute gibt, die Streams verfolgen oder subben wegen der Personality. Das ist ja häufig so. Ein großer Teil von euch wird mich ja als Person wahrscheinlich erkennen. Und ihr macht diesen Stream an, weil ihr euch meine Meinung anhört. So. Das heißt, ihr macht das nicht... Für euch bin ich jetzt nicht ein Star oder so, aber ihr guckt ja schon einen Stream, bei dem eigentlich nur ich vor der Kamera sitze. Wir haben also eine gewisse... Irgendwas ist bindungstechnisch offensichtlich da. Ich bin zumindest so interessant, dass du mir jetzt gerade zugucken willst. Oder zuhören. So. Das würde ja niemand Simp nennen. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, warum ich den Begriff halt so eklig finde. Aber jetzt gibt es ja Leute, die sagen, dass es bei weiblichen Streamerinnen ist das mehr so, weil dann so viele Männer auf Twitch sind, die halt sich da was erhoffen davon, wenn sie da eine Donation machen oder die Aufmerksamkeit kriegen. Und ich glaube, einerseits, nehmen wir mal an, das wäre wahr. Dann ist das ja ein ziemliches Dilemma für die weiblichen Streamer. Denn, ich habe hier irgendwas an der Lippe. Und ich habe hier die ganze Zeit rum. Ich glaube, das Schwierige daran ist dann, dass grundsätzlich, sollte dem so sein, müsstest du ja die ganze Zeit immer übervorsichtig sein. Du musst ja bei jedem Donation, musst du dich fragen, ist das jetzt zu viel? Ist das jetzt meine Verantwortung? Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich schon mal gebracht habe. Ich komme einfach mit meinem Denkanstoß nicht an einen Punkt, wo die Verantwortlichkeit kategorisch bei der Person vor der Kamera liegt. Das ist mir jetzt, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich glaube, wenn man falsche Dinge suggeriert, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und sagen, ah, wer jetzt 5 Euro donatet, der darf eine Woche bei mir in Japan wohnen und wir hängen den ganzen Tag rum. Und dann mache ich das nicht. Oder alle, die mit 20 Euro donaten, sind meine superbesten Freunde. Und wir machen eine WhatsApp-Gruppe auf, weil wir so gute Freunde sind. So. Aber das passiert ja nicht. Und das passiert ja bei 99% der Streamerinnen und Streamer auch nicht. Wie wäre es mit Snapchat? Benutzt noch jemand Snapchat? Viele Streamerinnen bieten private Snaps an. Ich würde erst mal, viele, hm. Und ich würde sagen, ich, die Grenze, das entscheidet man ja auch selber. Ich würde sagen, aber es ist auch nur meine Meinung, wenn dir jemand anbietet, dir für 10 Euro im Monat Nacktbilder von sich zu zeigen, heißt das trotzdem nicht, dass du irgendein Anrecht auf einen engeren persönlichen Kontakt zu dieser Person hast. Die schuldet dir trotzdem nichts, die Person. Die hat dir einfach nur Nacktbilder von sich verkauft. Und das ist halt mein Punkt. Also ich glaube, insgesamt ist es natürlich, habe ich das Gefühl, in der Just Chatting-Rubrik ist es einfacher, in so ein eigenartiges Verhältnis zu kommen. Hast du Onlyfans? Ne, habe ich nicht. Meine Freunde bezahle ich auch nicht dafür, dass sie mit mir abhängen. Weiß ich, du investierst natürlich schon, nur nicht Geld. Also, ich habe einen ganz spannenden Artikel vor einer Ewigkeit leider gelesen und ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Aber da ging es eben darum, dass unser gesellschaftlicher Wandel aktuell Interaktionen mit Personen zu einem Produkt macht. Ein Produkt, das ich erwerben kann. Und das ist nicht nur insgesamt so, sondern auch was Sexualität betrifft. Und weil wir das Thema gerade hatten. Aber insgesamt wird Interaktion mit einzelnen Personen und Freundschaft so etwas, das sich anfühlt wie ein Gut. Ich kann Twitch anmachen und bei jemandem sitzen und kriege dadurch einen ganzen Anteil sozialer Interaktion, die ich in einem gewissen Maße als befriedigend empfinde wahrscheinlich. Ich kann zum Beispiel sagen, und das meine ich überhaupt nicht so traurig, wie das klingen könnte, wenn ich Twitch anmache und bei Twitch einen Stream gucke und dann im Chat bin und mit Leuten interagiere, fühle ich mich weniger einsam auf jeden Fall. Also gerade so in der Corona-Zeit, das ist halt soziale Interaktion. Und wenn ich mit einer Person vor der Kamera interagieren kann, fühlt sich das noch besser an. Das ist eine noch bessere Form von sozialer Interaktion. Hatte ich so das Gefühl für mich. Aber das mag jetzt auch nur bei mir so sein. Das ist halt das Prinzip von Friends on Demand, parasoziale Interaktion. Parasoziale Interaktion, muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Friends on Demand habe ich schon mal gehört, aber Fiji Water hat einen ganz spannenden Punkt. Wir kommen aber gleich zum Allgemeineren zurück. Ja, die schuldet dir nichts, aber solche Menschen können manche subtile, Schrägstrich sehr offensichtliche Signale oder Äußerungen schlicht nicht verstehen. Oder wollen es nicht, rechtfertigen ihre Einstellung durch eine vermeintlich besondere und außergewöhnliche, in Klammern, parasoziale Beziehung. Aha, das meint das damit. Für diese Person sind parasoziale Beziehungen eben nicht einseitig, sondern beidseitig. Nach ihrer Wahrnehmung. Geht auch mit Narzissen einher natürlich. Ja, also insgesamt ist das ja sowieso was Gefährliches. Wenn man eine Beziehung eingeht, bei der man irgendwie, bei der die andere Seite einem sagt, so ist es nicht und man ist aber fest davon überzeugt, dass irgendwas so ist. Naja, aber mal zurück zum Allgemeinen, weil wir wollen es jetzt gar nicht an dieser kleinen Nische des Themenbereichs festbeißen. Worum es mir eigentlich geht ist, dass ich glaube ich wichtig finde, dass man immer mal wieder auf beiden Seiten hinterfragt, was verspreche ich mir hier davon und ist das völlig normal? Und ich glaube 99,9% von euch versprechen sich gar nichts. Die kommen hierher und wollen einfach nur unterhalten werden. Und das ist der absolute Idealfall. Das ist der Traum. Besser könnte es nicht funktionieren, denn es ist genau das, was nach meiner Vorstellung hier passiert. Und ich glaube, dass das was ist, mit dem ich wenig zu kämpfen habe. Und ich glaube, die meisten, die meisten Leute, die Streams machen oder Streams gucken, haben eine relativ gesunde Einstellung dazu. So. So sieht es aus. Nebenbei mein Müsli essen. Ich habe Kirschmarmelade. Oh. Oh, das erzähl ich gleich. Ich habe Karamell selber gemacht und ich habe Kirschmarmelade gegessen. Und ich glaube, ich finde nur eben spannend, weil ich darüber nachgedacht habe, weil ich jetzt eben wieder so eine Zeit, jetzt kam wieder so eine Zeit, in der ich so relativ regelmäßig solche Mails bekommen habe, in denen jemand gesagt hat, hey, ich habe hier eine Mail, das ist meine Idee, wir können ja mal so ein bisschen weiter irgendwie, können ja mal hin und her schreiben und so. Und mal ein Lob an diese Personen. Die waren alle sehr, sehr ehrlich. Wenn ich dann zum Beispiel gefragt habe, ist deine Intention, dass wir irgendwie, dass das ein Flirt werden könnte oder ähnliches, haben die Leute alle ehrlich, wenn es denn so war, haben die ehrlich gesagt, ja, das ist meine Intention. Und dann konnte ich sagen, du habe ich kein Interesse dran, aber danke dir. Und alle haben respektvoll reagiert. Ich glaube, eine Person war dabei, die hat dann weiter Mails geschrieben, aber dann habe ich auch, ich glaube, ich habe dann noch zurückgeschrieben. Es tut mir total leid, aber ich werde ab jetzt halt nicht mehr antworten. Liebe Grüße aus dem Chemieunterricht, ich hole den Stream im Nachhinein nach. Du, bitte, konzentriere dich auf Chemie. So Cringe, Leute, weiß ich nicht. Ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht so, ich finde das ziemlich normal. Also, ich sage es mal, wie es ist. Wenn man jemanden respektvoll anspricht und einfach sagt, hey, hier ist, was ich mir davon verspreche, hier ist meine Vorstellung, hast du daran Interesse und die andere Seite sagt, nee, habe ich nicht, dann hat eine normale Interaktion stattgefunden, an der ich nichts schlimm finde. Wenn man nicht über eine Grenze gegangen ist und ehrlich am Anfang, also, ach, ich weiß gar nicht mehr, es gab mal so eine, so eine, ach, nee, ist egal. Also, ich glaube, wenn mir jetzt jemand schreibt, du, ich finde dich ganz gut und ich würde dich gerne kennenlernen, dann sehe ich das immer relativ neutral. Weil ich aber natürlich auch einfach realistisch bin, die Person kennt mich ja nicht wirklich. Die Person kennt halt die Streams und hat mich vielleicht mal gesehen und mag halt sein, dass sie mich optisch ansprechend findet oder das, wofür ich stehe, ansprechend findet. Aber die Person kennt mich ja nicht. Würde mich vielleicht in Wirklichkeit saunervig finden. Aber wie soll die Person das denn herausfinden, wenn sie keine Interaktion mit dir hat? Du, das ist ja das Ding. Da kommen wir zurück auf keine Erwartungen haben. Das ist mir völlig egal. Das klingt jetzt echt hart, aber das ist mir doch völlig egal, ob die Person herausfinden kann, ob sie mich wirklich gern hat. Wenn mir jemand das ehrlich anbietet, ich lehne das ab, das ist alles, was wir an Interaktion dann brauchten. Und die meisten Leute respektieren das dann auch sofort. Ich steige gerade nicht so durch, um was es geht. Wir verlieren das Thema auch gerade so ein bisschen aus den Augen, deswegen gehen wir gleich auch weiter zum nächsten Thema. Wir können noch mal zum Adventskalender zurückkommen, denn mir ist gerade aufgefallen, wenn wir schon davon sprechen, wie unsere Beziehung so zueinander ist, ich würde euch gerne auch mal was schenken. Und wenn Weihnachten kommt, ist der Adventskalender natürlich immer eine sehr naheliegende Idee. Jetzt war meine Idee, dass wir irgendwas machen, wo wir halt jeden Tag ein Türchen aufmachen können. Was habe ich am meisten? Gaming-Keys. Mir haben erstens wieder zwei, drei Leute geschrieben, die noch Keys zu Hause rumfliegen hatten. Dann habe ich einfach auch noch ein paar so ein Humble Bundle und so. Dann gibt es Sponsoren. Reishunger unter anderem hat er angeboten, dass sie ein paar Sachen stellen könnten. Und ich kann vielleicht auch irgendwie sowas wie einen Hauptpreis kriegen, irgendwas Großes oder so, finden wir bestimmt auch irgendwas Cooles. Jetzt ist es aber ja so, dass wenn ich solche Verlosungen mache, ich mir eigentlich mal Mühe gebe. Apropos Verlosung, ihr könnt jetzt gerade Ausrufezeichen Gewinnspiel eingeben. Es läuft doch ein Gewinnspiel mit MSI. Mit Bongeva und MSI zusammen, da kann man einen mobilen Monitor gewinnen. Einen mobilen Gaming-Monitor. Ich habe auch so ein Ding hier als Zweitmonitor, nehme es ab und zu mit. Sehr, 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 sehr praktisch. Kann ich sehr empfehlen. Könnt ihr an eure Switch anschließen und so, nur geil. Kann man ans Handy koppeln und so, ist richtig, richtig gut. Man muss nur einmal Gewinnspiel eingeben. Ihr nehmt nicht an dem Gewinnspiel teil, wenn ihr Gewinnspiel eingebt. Leute, das habt ihr irgendwie falsch verstanden. Also, ihr müsst auf den Link klicken und dann da rauf gehen. Das ist ein Geat-Gewinnspiel. Ist aber ganz geil, dass sofort alle aus ihrer Versenkung kommen. Gewinnspiel! Klassischer Twitch-Shit. Genau, ihr müsst auf den Link gehen. Das ist ein Geat-Link und da könnt ihr dann teilnehmen. Ausrufezeichen Claim Epic Loot. Ich habe erst gar nicht gerafft. Hä? Warum? Ach so. Weil man das aus... Ich meine, man kennt das aus dem Twitch-Chat ja auch so, dass man irgendwie ausrufezeichen Raffle eingeben muss oder so. So. Jedenfalls ist die Idee für diesen Adventskalender... Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, ich würde es über das Discord machen. Dann würde ich im Discord einen Post setzen, also absetzen. Und wenn man auf diesen Post reagiert, das war eine der Ideen. Also, das haben wir ja bei dem News auch so. Ausrufezeichen Discord könnt ihr eingeben. Da gibt es einen Channel, der heißt Info. Und wenn ihr da auf den ersten Post mit einem Ausrufezeichen reagiert, unten gibt es so Reactions drauf. Dann kriegt ihr immer eine Benachtigung im Discord, wenn ich live gehe und so. Und so würde ich wahrscheinlich dann auch das Gewinnspiel machen. Würde dann halt quasi einen Post absetzen. Und jeder, der da drauf klickt hat, nimmt immer teil. Und wenn jemand was gewonnen hat, dann fliegt man quasi raus aus der Verlose. Dann hat man halt was gewonnen. So. Da kann jeder mitmachen. Da gibt es keinen Vor- oder Nachteil. Das gleiche Chance für alle einfach. Jeder, der mitmachen möchte, kann auch mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017